jetzt die firmen e 99 und energietank und klar bei stadt der weg hat nicht aufgeladen oder nein 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 ja das ist doch unfair alter das ist doch echt unfair und da gerade zwei tippchen auf drei tippchen hat die mir sagen dass das dort hinkommen der vier des todes da wirklich das todes weil die sind echt mega krass nervig so jetzt mal hier oben nein hier oben habe ich gesagt komm schon deine mutter ist deine mutter nein 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 ich hoffe das machen wir nochmal das geht besser wenn ich hier auch so ein meister des kletterns so ja hallo wie nein zwei von eurer sorte cool mal da muss trifft doch mal dieses mit das geht das geht das geht das geht 5 raketen verschwinden für die kacke und das gleiche ist ein komisches form machen irgendwie so oder so glaube ich was eigentlich auch schaden es bin schon jetzt okay arbeitet euch zurück zur stelle 25 14 das ist nach dem energietank verstehe ein wenig ein bisschen ungefähr muss ich immer meinen katz setzen das sind ganz gute gegend hier wenn die wiesbaden um tank später aufzufüllen dann würde ich jetzt später besser so das heißt unten dann nix keine raketen mehr sollte gegner töten ich könnte von euch ein paar paketen gebrauchen so fünf stücken optimal für eine weitere türe das ist das paketen noch eins geht enttäuscht mich nicht das war es mega kacke kann ich rein theoretisch die viecher so erledigen oder ja ist ein bisschen umständlich aber rein theoretisch wenn man sich mal trifft sind eine relativ gute energiequellen oder bin ich gerade blöde nein nein gott nee hast du vergessen nee da hast du dich erwarten bis das wirk jetzt so jetzt manchmal ist echt die geduld eine trugen die ich nicht habe situation spielen wir geben sogar 20 energie oder bitte unten durch aber wissen ich habe das so ich habe mir die a Oh. da muss ich da doch unter kann eventuell sein dass die stelle ok dass solchen unterfallen gibt nicht zu der stelle und die weg zurück zur stelle die bemerkenden dass die kunden forschung erreichen können wessen zerstörte ich muss hier glaube ich tatsächlich runter das war es eigentlich dumm so ich bin ja nicht im sprung also ein ball ich irgendwo irgendwas zur Stimme oder so irgendwas enthält gegebenenfalls wir können ja mal probieren ne hm das liegt ja keine Auge hochkomme das Problem ist halt die Blöcke erscheinen viel zu schnell wieder äh, wisst du was, ich mach mal einen Cut ich speichere hier ich muss eh Schluss machen und mal gucken, ob ich das weiter machen werde ich muss sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play oder, weiß ich nicht, eventuell gegenfalls ich hab Metroid hab gleich mal reingespielt, ne dreiviertel Stunde bis dann Leute, bis dann dann